Die Firma Hahn ist einer der Anwender, der iPhysics nahezu perfekt im Unternehmen integriert hat, sowohl in der Organisation als auch in den Prozessen. So kann Hahn ein echtes virtuelles Engineering leben. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern können wir mit Stolz sagen, dass über 60 Prozent unserer Anlagen virtuell in Betrieb genommen werden. Als Verantwortliche für die globale Zusammenarbeit bietet mir die virtuelle Inbetriebnahme, das Virtual Engineering, eine Plattform, wo ich global die Team zusammenbringen kann, wo die Team zusammen trainiert werden können, wo die Standardisierung vorangebracht werden kann. Der digitale Schatten ist ein exaktes Abbild der physischen Maschine und bietet unseren Kunden sehr viele Vorteile. Die Möglichkeit zu haben, digitale Modelle zu begehen, Ergonomie wahrzunehmen, Steuerungen angebunden zu sehen mit Code, die Maschinen bewegen, obwohl noch nichts Physisches existiert, begeistert sehr viele Kunden. Unser virtuelles Engineering kombiniert mit den Hahn Softwarelösungen ermöglichen einen optimalen digitalen Serviceeinsatz. Wir stellen uns zu digitalen Herausforderungen, indem wir den Kunden begleiten von der virtuellen Inbetriebnahme über den Digital Twin bis zum digitalen Customer Support. Die Zukunft im virtuellen Engineering kann tatsächlich sehr vielseitig sein. Wir sind aufgestellt für die digitale Zukunft.